ja das besser hallo ich muss noch gedrückt halten ja geil so ich habe jetzt holz da ist ja schon ich fasse es nicht da ist ja schon da okay die fässer bringen jede menge geht ab ist kraften einfacher reiniger einfacher grill kleine anbaufläche einfach holz holz sperr planke und seil ich glaube wir brauchen mehr du fass nein ich muss die fässer muss ich auf jeden fall holen ja ist das mit dem wagenwurf das wird ja richtig traurig ok ich muss schneller aufgenommen ich glaube ja so acht planke habe ich aber sein habe ich auch sein ich habe auch kein herziges seil aber ich meine in dem stream gesehen zu haben dass auch pflanzenfasern gehen dass man die zu seilen kraften kann vielleicht sollte ich schon mal anfangen was mir gerade mal einfällt ja bauer macht natürlich ja ok 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 ja wort er letztlich natürlich hammer um dinge dann bauen zu können und ich habe immer noch kein seil seil palmblatt ok eins kann ich schon machen äh seil herstellen äh seil herstellen äh seil herstellen brauche ich zwei fahren shit ah da kommt eine insel eine insel ne funktioniert tschüss Fass, 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 fass. Na, einfach zu langsam. Nein! Besser. Oh, Kartoffelschrott. So. Seil herstellen. Bauhammer herstellen. Okay, dann. Ach, Plastik braucht das auch? Geil, ja, supi. Äh, nein, nein. Habt ihr dann fast verpasst, ne? Ja, ganz bestimmt sogar. Oha. Oha. Jetzt nichts in wirklicher Reichweite. Ja, zu früh. Da ist gut, da ist Plastik. Captain Planet, Held der Erde. Kann ich? Kann ich? Jetzt, wenn ich jetzt dagegen. Ich kann es ja nicht beeinflussen. Okay, ich bleib drauf, ja. Ähm. Boah, knapp. Okay, das Fluss bewegt sich nicht. Ist das richtig? Ich kann ein bisschen verschnaufen. Was ist das? Was ist das? Das Schüsse? Ach, das ist das Fluss, was gegen die Felden scheppert, oder? Ja. Glaube ich. Oh, der Haken geht auch schon in die Binsen. Ähm. Was wollte ich? Ich wollte Seil. Seil. Verstellen. Darstellen. Platt. Geht immer noch nicht. Ja, 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 ja. Dem ich ja kackei und ich hab nichts zur Verteidigung. Dämlich ist Drexie. Komme ich denn irgendwie auf die Insel drauf? Nöber. Da war es doch was. Also langsam driften wir, glaube ich, dran vorbei. Wir haben keinen Müll mehr. Wir können hier keine Blumen aufnehmen. Äh. Okay. Ich kann Bäume fällen. Aber war, glaube ich. Ah, Wassermelonen. Äh. Oh, bringt aber nicht viel. Ah, bringt gut Wasser. Okay, alles klar. Ich wette, dass mein Fuß jetzt weitergetrieben ist, oder? Nö, ist noch da. Sauberblume. Sauberblume. Das ist ein Kokos. Nüsse, oder was ist das? Das verware ich mir mal für später. Was ist das denn hier? Hallo? Und da früchte, ja. Die haben... Warum ja, flessen die noch nicht reif. Ananas, jawohl. Und eine Kiste. Okay, 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 okay. Okay. Hey, wie komme ich denn jetzt? Samen. Ananas, Samen. Ananas. Okay, haben wir noch ein bisschen... Oh. Viele Planken. Da ist der High schon wieder. Wie komme ich denn jetzt mit meinem... los, was ich nicht steuern kann. Neues Spiel, ja. André, in der Tat. Raft ist ein neues Spiel. Und... Scheiße. Muss ich außen rum. Und das gab es... Für... Sonderpreis bei Steam. Für knapp 14 Euro. Kostet normalerweise 20. Ist auch ein Early Access-Titel, der stetig erweitert wird. Aber ich hoffe, dass jetzt der... High nicht in der Nähe ist. Schnell, 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 schnell. Hoch. Ach, da kommt der Heil. Da kommt der Heil. Huch. Ein 11 mal Planke. Kein Kunststoff mehr. Das vergesse ich immer. Das wird auch Plastik brauchen. 3 haben wir jetzt nicht genug und schwer haben wir sperr damit können wir uns jetzt mal schön zur wehr setzen müssen schrott das nächste wäre jetzt eigentlich uns um die versorgung zu kümmern dazu wieder plastik aber wir bewegen uns kein stück vorwärts kann das sein kann ich das fluss irgendwie schieben oder so paddel haben wir auch alles nicht läuft läuft bei mir läuft eine rohe kartoffel die kann man wahrscheinlich auch noch mal irgendwann essen stein wir sind hier sozusagen auf grund gelaufen würde ich sagen das ist der t du bist ein mutiger pionier dein fluss ist ein zuhause dein haken ist ein freund wenn ein fluss auseinander bricht zimmerst du es wieder zusammen wenn dein haken verloren geht brauchst du einen neuen wenn du den eindruck hast das blaue meer zieht sich unendlich hin dann bist du nicht aufmerksam genug es gibt nichts was du nicht verherstellen kannst wenn du das richtige treibgut hast höre alle frequenzen des funkgerätes ab wenn etwas wenn etwas sendet es ist über wasser andere waren schon vor dir da weitere werden dir folgen setzte auch du dein zeichen in der welt die welt untergegangen aber ihre geschichten bleiben sammle so viele wie du kannst und um himmels willen nehmen dich in acht vor ein welches funkgerät mister ich komme habe keine rohstoffe um mir ein paddel zu machen und die sachen hier es wird nein falsches timing kam er war ja wieder am nagen das kleine tier tierchen ähm ich glaube ich muss es wagen und äh was war das denn ich dachte schon das hier hat ein haus gesehen ähm ich muss mal gucken dass ich die insel umrunde kriege beginn dass du bei war ja wohl errungenschaft es ist hier so einige cash kriege dafür ja so aufnehmen können okay ein bisschen lebensmüde ich habe jetzt gerade mal keine andere wahl ich hoffe mal dass mich da jetzt noch ein bisschen ruhe lässt solange ich hier auf flut bin versorgen ist gute du kannst jetzt erforschen empfänger was ach ich habe eine blaupause gefunden okay ich treibe das ging aber schnell mit dem abtreiben hier also abtreiben von der insel nicht das andere abtreiben was doch eigentlich nicht witzig ist was musst du machen ja andré wie du gesehen hast man hat ein einfaches floß ist eigentlich nur ein paar zusammengezimmerte bretter sind ja dann werde ich vom hai angenascht hat aber keine andere wahl und ja ziel ist erstmal das floß mit dem treibgut was man mit dem hackt was man mit dem hacken ans floß zieht zu verbessern und dann tauchen hier irgendwann halt auch diese inseln auf und irgendwann kann man halt das floß auch dann steuern segeln bauen und solche sachen halt seil ist echt ein ras gut man braucht für alles seil was hier paddel herstellen inventory nicht dass irgendwie in der forschungstabelle erlernt werden was forschungstabelle was so kann ich nein kann ich um bereits irgendwie weg so so safe so 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 noch n n Ich glaube, wir bewegen uns vorwärts. Ja, hi, was macht er? Ja, 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 ja. Kann ich mich hier irgendwie... also wahrscheinlich, ne? Toll, jetzt haben wir uns komplett reingedreht. Super, ja, ja. Boah, Alter. Ich bin echt ein Seemann vorm Herrn. Okay. Junge, du wages dich und du kriegst den Speer in den Hals gedroschen. Hallo? Hä? Drehen? Nein. Ich muss in die Müllströmung wieder rein. Aber sonst weiß ich nicht, wie wir uns hier andersweise verbessern wollen. Oh Mann, du hast da, ey. Ja, müssen wir gucken. Paddel geht auch ganz schnell in die Fritten. Hm? Okay. Grundstoff war wichtig. Ja, 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 ja. Palmblatt, Kunststoff, Planke. Ey, was ist los? Übel, ey. Richtig übel. Hä? Für weitere Teile halten, was? Anscheinend kann man das nicht reparieren. Okay. Ja, ich segle wieder ins nächste Insel. Super. Eingesammelt. 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 Passeres Floß Schön Oh nein! Jetzt ist das Ding kaputt ey Oh, Plastikhaken herstellen Was ich hier wenigstens noch gekriegt Plastik Ist fast wie bei den Krabbenfischern der Beringsee Falls du jemand noch weißt, was ich meine D-Max Der Typ, der den Haken immer geworfen hat Um die Fangkörbe reinzuholen Ich erinnere mich schon ein bisschen daran So, ich brauche eine leere Tasse Kann ich nicht Na, Kunststoff fehlt natürlich Wo ist denn der ganze Plastik, der mal in den Weltmeeren angeblich sein soll? Eieieiei Du Kackstift Das ging schnell Äh, hallo? Das ging schnell Äh, hallo? Eine leere Tasse Da kommt der allgemeine Kunststoff Ich habe mich auch zu erzählen In der pinned Quatsch Ich habe die Sachen fahrreiniger palmblatt kunststoff immer wieder kunststoff die ganzen palmblatt für seile verbraucht der wellen gang ändert sich das ist natürlich jetzt nicht so geil das werfen alles andere als leicht hallo hallo ich kann es nicht nehmen nein ach komm Junge ich glaube ich eine mädel klein war zumindest so 3 blätter zwei blätter Spannts vorbei Miss Grad so ein Palmblatt Macht glaube ich bei der Art des Floßes noch keinen Sinn Also einfach nur die paar Holzbrocken hier Ich habe Hunger und Durst, ein Riesenproblem Dreimal aber das Schlecht geworfen Das ist in der Rauschenbahn vorbei Hahaha Junge Wo ist er? Wo ist er hin? Wo ist der Reiniger? Hä? Da ist er Ja Habe ich jetzt zwei von den Dinger gebaut? Ich habe zwei von den Viechern gebaut Oh nein Nicht den Mal das irgendwie zerstören Einfach produzieren Dann ich glaube hier Salzwasser abschöpfen Okay Das nächste wäre Dann auf einem meer hier das weg sind werden was ich trinken man ok kommt nächste kunststoff kristin auch verpasst ich glaube wir haben nichts mehr zu essen oder rohe kartoffeln ich brauche einen grill das nächste ist auch ein grill nein das stimmt überhaupt nichts ja komm hör auf junge ruhe rüber immerhin immerhin was brauche ich denn für den grill einfacher grill habe ich sogar alles dabei sehr gut der kommt direkt daneben ich bin ich bin ich bin ich glaube ein angel wäre noch gut angel also ich bin es möchte das holz wer angel rote seil 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 ist wieder vonnöten. Ich habe aber ein Palenblatt. Wie viel Seil dann? Zwei habe ich. Noch sechs. Sechs Seile. Klar, fehlt natürlich. Fehlt natürlich genau. Okay. Ein Seil fehlt. Ein bisschen was. Ja, sehr gut. Da haben wir das Seil. Den ich ja... Arschloch! Den ich ja... Mann ey. Dämmlicher Pümmelhai. Was? Okay. Das hat mir jetzt nicht gefruchtet. Äh, vier. Äh, vier jetzt. Äh, vier. Äh, vier. Was ist das? Kletterpflanzengliber. Äh, vier. 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 Ah, vier. Äh. In dercriptionsphys. ÄÄH, vier. musik muss ich gestehen daher muss man das kann ich drück mal ausprobieren an ich kann ich gerade nicht schade kann ich nicht kann ich nie keine pause doch mehrere fische gefangen rüber auch ich würde vielleicht bei so einem willengang gar nicht erst probieren haken ist auch mal wieder fracke danke ich habe lange ruhe rüber ok so wir haben ein grill wir haben wassersammel gedingse kleine anbaufläche ja planke seil wäre eine idee sei 8 so treibt sich auch schnell hier vorne rum wassermel natürlich sehr gut kann ich nicht einfüllen geil super äh äh oh nein man schwöre ich habe eins gedruckt man und 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 Das ganze Leben besteht aus Essen. Okay, haben wir da ein bisschen mehr Fläche für uns. Das war auch ein guter Catch. Ich weiß nicht, wäre ein Segelboot. Scheiße, Einbaufläche, vergiss es, leere Tasse. Forschungstisch, kleines Lager. Einfaches Bett. Kunststoffschrott, Planke. Okay, ich versuche es mit dem Forschungstisch. Das ist aber auch nur Planken, jede Menge Planken. Wobei, Schwachsinn. Schwachsinn, Laupausen brauche ich ja noch nicht so wirklich. Paddel, Segel, Wimpel, Wurfanker. Dass sich der Fluss ankern kann, kann nur einmal verwendet werden. Boah, klar. Kann nur einmal verwendet werden, ja. Ja, mhm, super. 20 mal Pileblatt, das ist teuer alles, ey. Okay. Okay. Kaffee ganz vergessen. Wunderbar. Wunderbar. Hm. Hm. Ja. Äh, Plastikerhaken herstellen. Äh, ne. Pff. Weitere Teile. Halten. Moment. Hä? Holzdach? Holzsäule? Holzband. Halt. Weltzaun. Ah, hier. Ja. Da geht. Mh. 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 kann man bestimmt irgendwo in sein ursprungs material zurückführen weiß aber aktuell nicht wo da da das ist doch jetzt mal ein segeln versuchen zu kraften palmblätter und planken jede menge planken schloch ist bei auf die insel müssen wir mal irgendwie so langsam fast das spiel ist auch fast so zwei sehbassen planke planke seil langsam wird es mit dem werfen ein bisschen besser mit zumindest das gefühl kann man eigentlich die dinge nicht anpennen irgendwie zwei blätter fehlen noch da kommt das erste hoffentlich lecker aus eigentlich weg von meinem floß habe ich jetzt versehentlich äh hä hä süßwasser fröhlen was 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 wo 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 Hypoth wo wo Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Ja, was bräuchten wir denn als, ne, da kommt eine Insel. Äh, nein. Tämlich. So, glaub ich, ne? Mal gucken, ob's klappt. Okay. 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 Tämlich. Okay. 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 Ja. Okay, verstehe. Weltspeichen ist dann hier? Ich wollte meine Segel einholen wieder. Ah ja, Steinachs wäre mal gut gewesen, Steinachs. Ja, keine Planke und kein Seil. Ja, super. Wo bleibt das Fluss denn? Ja, scheint am Ort still zu bleiben. Oh, keine Blumen. Ananas, jawoll. Ananas. Wenn hier einer die anderen nass macht, dann bin ich das. Nein, 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 da wollte ich dich hier... Fantastisch. Das lief genau nach Plan. Okay, fehlt dieses Insel nicht zu bieten. Gut, wir können natürlich dann... Man hätte Bäume schlagen können, wenn man natürlich daran gedacht hätte, eine Axt sich rechtzeitig zu craften. Das habe ich natürlich nicht. Kann ich hier eigentlich auch angeln. Mal gucken. Das... Oh, Hering. Ja, okay. Geht. Können wir nämlich ein bisschen hierbleiben verweilen. Ist eigentlich, äh... Ja, Kalender, genau. Mhm. Mhm. Okay. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Steinlachs. Nee, wir haben doch nicht genug Planken. Wir haben zwar nicht Planken, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ein kleines Lager würde ich doch gerne haben wollen. Ein weiteres Seil fehlt. Einmal. Kleines Lager herstellen. Was ist denn jetzt? Naja, ach komm, weißt du was? Selbst hier an. Verdammt, weil ich hier auf dem Fluss wahrscheinlich mich aufgehalten habe. Deswegen. Fisch, was? Oh, Hering, genau, ja. Was? Forschungstisch. Danke, Schrott. Problem ist, ich bräuchte dringend mal Planken und weiß aktuell nicht, woher ich sie nehmen soll. Dazu müsste ich wiederum mit dem Fluss weiterreisen. Toll. Ist das dumm oder so? Kann ich hier eigentlich von hier aus schnitzeln? Oh, er backt in die Insel. Er backt in die Insel. Gucken, wie viel er aushält. Äh, was? Äh, was? Halte die Taste zum Aufnehmen von gedrückt. Hm. Geil. Heute gibt es Haifischfleisch. Der Rest ist heiß, der Rest ist heiß hin. Heikopf. Äh. Ernsthaft? Ja, okay. Kann man machen, aber... Nicht so meins. Nein, jetzt habe ich... Jetzt der ganze Effekt weckt ihr von dem... Ja, ja, I'm genius. I'm genius. Oh, Hering. Komm, den platzen wir uns hier noch. Ruf den Grill. Und da packen wir jetzt noch... die Kartoffeln rein. Äh, würde mal sagen, an der Stelle speichere ich mal. Und dann switchen wir ein letztes Mal rüber zu The Long Dark. Und ich mache jetzt auch nochmal eine kurze Pause, weil mir der intern ein bisschen wehtut. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder.